Hallo Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft 4 Was haben wir in der letzten Folge mit Minecraft 3 gesucht haben? Naja Ich bin gerade gerade leider von Zauber geflogen Einfach noch im Zapp, ne Ich habe sowas hier vor, als für die letzte Folge noch So Und genau 10 Uhr läuft Oder würde ich sagen Das war ja weiter jetzt mit den Räumefällen Und dafür habe ich jetzt auch ein Thema rausgesucht Und zwar Sollte es bei heute mal um ModPax gehen ModPax, Minecraft, so, ne Und mich interessiert, dass ich echt aufheist Es muss, also ich gebe die Vizepräger, ModPax, so ModPax, so auf YouTube Von größeren YouTuber, so aus Deutschland, so, ne Es wird immer so ein ModProjekt geben, so, ne Zum Beispiel in FIFA, glaube ich, habe es auch Also wurde es geil, glaube ich, angefangen August letztes Jahr gab es ja auch im Logos Juli, ne Und ich muss irgendwie immer so ein ModProjekt geben und nicht wieder Man kann es auch mal lassen, mit dem ModProjekt, ja Und ich muss irgendwie über 404 Action geben, so Ich finde, man sollte ja sowas im Crafted 3 machen, das wäre cool Aber ich bin immer bei der Crafted 3, finde ich ganz cool Na, das sehe ich auch viel, das hatte, um zu gucken Weil in ModPax, weil ich war so viel reinlesen, na Man muss das alles zu verstehen, ja Das ist schlimm Man muss also, man darf eigentlich auch wie keinen Schritt verpassen Und ja, das ist ganz schlimm Das ist ganz schlecht, um zu gucken, dass wir guckt, ich habe auch nicht Wo ich sagen muss, ich habe nur muss geguckt Aber sowas hier wie, äh, Sky habe ich gar nicht geguckt Ich glaube, was kann ich auch irgendwie jetzt Piro Wo ich das war ein Roleplay, ne Aber was kann ich mir, äh, wie die Crafted In der Minecraft 4 Das ist auch Roleplay, fach ich auch nicht so geil Also ich muss sagen, ich finde es besser, wenn es auf YouTube Deutschland so mehr Projekte wie Projekte rein geht Einfach ganz viel, bei mir ganz von der Let's Play, so Und, äh, das ist viel, viel besser als jetzt immer diese Kuschmutzrechte oder so Und, äh, ja, oder die Roleplates und so Einfach ganz normal Vanilla Minecraft Und, äh, scheiße, kein Stein Shit Ich brauch nur heute, ich brauch nur heute, ich muss nur heute abzumachen Shit Oh man Ich glaube das nicht Oh man Auf jeden Fall, äh, ja Ich finde es blöd, dass man Die, also YouTuber schon immer so viele Mod bringt Einfach anfangen muss Und, äh, ich muss auch immer so Die man Projekte geben, die man zusammenspielt, ne Na, ich finde man sollte auch mal irgendwie einfach ein halbes Jahr oder so mal irgendwie Kein gemeinschaftliches Projekt haben So, dass irgendwie Ähm, ja So, ich sage einfach, äh YouTuber auch immer was anderes machen Ich habe immer mal so, die Mod-Projekte, äh, wie zu müssen soll Ein solcher auch was anderes machen soll Also können Wenn man hat diese Mod-Projekte Oder Er muss auch lieber, äh Wettbewerb Ich sehe das auch mal auch mal YouTuber immer so, die ja mit zwei oder so Mod-Pack spielen Er habe ich auch mal auf, dass es immer so ein Mod-Pack geben muss, die man das Beispiel ist Das ist ganz schlimm Man kann doch mal einfach mal ohne machen Ich weiß auch nicht, warum, wenn man so, das ist, das ist, wenn man so ein Mod-Pack bringt einfach muss Warum? Tell me why Ja Weil ich finde es so schwierig, auch für die Zuschauer Weil ich meine, zum Beispiel, äh Wie so ein Mod-Pack von vor, die ich noch nie gehört habe Und man weiß auch, man hat echt keine Ahnung, was war da Wie das alles funktioniert und so Und da hat die Geschicht und vor-Pack und alles, äh Man muss jetzt die Quest und so Das ist so schwer als in Zukunft Und deswegen gucke ich diese Mod-Projekte auch nicht aus Verlobens Irgendjahr nicht, ich habe damit auch geguckt Und, äh, ja Aber Alexi war ganz cool Oh, scheiße Alexi war nicht ganz, fand ich ganz cool Naja Alle, die haben ja auch das Thema von Galaxy auch interessiert Das war ja hier mit, äh halt, äh, mit Weltraum und so Alexi halt mit, äh, Raumschiff und so Das war ja interessant Ich hab jetzt auch geguckt, damals 2014 Aber so, jetzt irgendwie, äh Ganz Mod-Packs wie Sky oder sowas Das gucke ich einfach nicht Das weiß mich auch nicht interessiert Ja Und jetzt muss es immer und immer wieder ein Mod-Pack geben Man wird es auch mal ohne machen Einfach mal ohne Mod-Pack Es gibt einfach viel zu viele Mod-Projekte Ja Obwohl ich jetzt auch selber ein Mod-Pack habe Hexet, ne Das war wohl das einzigste auch, ne Das einzige Mod-Pack was ich spiele Seit lange auch wieder Weil er ist ein Mod-Projekt kann das sein Obwohl ich hab mal bei Bleib voll gespielt Na Auch mal kurz Ich will mal kein So einfach mal ohne Mod-Projekt machen Das muss man mal gehen Einfach mal Ein halbes Jahr Ein halbes Jahr Ohne Ein Mod-Projekt Das muss auch funktionieren Oder ganz über ein großes Jahr Fällt mir gut Das sind so viele Mod-Projekte Und ich bin jetzt auch immer dieselben Mods drin Ja Ja Ich bin jetzt auch immer Ja Ja Ich bin jetzt auch nicht Das war richtig klar Das war richtig klar Keine Lebt Ja Ich hab mal voll zwei Sex-Halls ey Oh shit Oh shit Na ja Ihr könnt mir auch eure Mod-Projekte dazu die Kontare schreiben Ihr findet ihr dazu dass es immer so Mod-Projekte gibt Ihr findet ihr die Mod-Projekte Guckt ihr euch die an Einfach bei ihr die Kontare schreiben Und äh ja Diese Folge wird auch nicht allzu lang werden Na Wenn ich jetzt auch schon mal meine Nase geht mir etwas zu Deswegen ja Wenn ich mich einfach nicht so lange queeren jetzt noch Na Ich hab mir versteht das Ich bin jetzt auch schon weg Und äh ja Gut Dann Ich bin jetzt auch hier durch mit dem Thema Also ich finde es gibt einfach viel zu viele Mod-Projekte so Und ich finde es heute auch einfach mal Ein Jahr oder so ein halbes Jahr Kein Mod-Projekt geben Einfach mal eben auch Geh ich dir mal Ich hab' ich jetzt bringe Oder so Mit den deutschen YouTuber einfach mal Ja gar nicht so So dass hier YouTuber Einer das Ding machen können Sondern Wof sie sich eigentlich spezialisiert haben Zum Beispiel Damit Also wenn PvP YouTuber dann auch mehr PvP spielen können sollen Ich hatte mir die Mod-Projekte Und äh ja Ich sehe manchmal auch nicht so, ob die Leute mal eingeladen werden Die aber an die nur PvP spielen Ich hab' ich meinen Und als ich heute mache Wasτε immer Mod-Projekte beteilig Während es Dieser Ich hab' es noch screenshaut hier Cool Es ist noch screenshaut So So Gut Ah wie gut okay Jo Dann besser ich fälle bei diesem Bobby in Und dann bin ich die Folge auch schon So Ich So Ich So 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 stück jetzt sollte gehen würde ich auch was gewesen ist von dieser video folge gefeiert und dass er den positiven drücken akku die vergessen und schuss